Ach, den überhole ich auch noch. Boah, fährt das Auto schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah! Man kann hier Menschen überfahren? Wo kommst du denn jetzt her? Aha, wenn man hier Menschen überfahren kann, dann wird das ja ein richtiges Schlachtfeld. Sind wir hier bei Dirt Showdown oder habe ich das falsch verstanden mit dem Rausquetschen? Ach, Bremsen braucht man nicht.